Musik Donnerstagabend, 19 Uhr und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zur aktuellen Ausgabe von 04 Plus hier bei Muldental TV. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Seit über vier Jahren finden vielerorts Demonstrationen statt und zwar immer montags und auch in Bad Lausig gibt es die sogenannten Montagsproteste. Wie man künftig mit den Inhalten und auch den Protesten an sich umgehen will, das haben wir mal hinterfragt. Mit Beginn der Corona-Pandemie 2020 formierte sich in Bad Lausig eine Initiative, die seitdem jeden Montagabend in den vergangenen vier Jahren ihren Unmut per Protest kundtut. Vor dem Rathaus der Stadt wird zu Themen gesprochen, die die Menschen bewegen, bevor sich meist ein Spaziergang durch die Stadt anschließt. Auch mit Ende der Pandemie stellte Dr. Silvi Schmidt aus dem Organisationsteam in Gesprächen immer wieder fest, dass die Menschen wieder in einem sicheren Land leben wollen, in dem sie laut ihren Aussagen ihre Werte leben dürfen, sie wünschen sich inneren und äußeren Frieden. Somit hielten die Montagsproteste an. Also im Prinzip geht es schon immer noch um die ganzen medizinischen Themen, was auch die Impfnebenwirkungen sind, was die, sag ich mal, die Spätfolgen der Maßnahmen sind und natürlich politische Themen, also Krieg, Aufrüstung, Kriegstüchtigkeit und natürlich Abbau der Demokratie, der Meinungsfreiheit, Indoktrination, Genderwahnsinn und ja alles das, was uns direkt betrifft und die Gesetze, die halt gemacht werden über unsere Köpfe hinweg. So leitete sie auch diesen Abend ein und machte die Probleme der aktuellen Zeit aus Sicht der Anwesenden deutlich. Dass besonders das Recht auf körperliche Selbstbestimmung, das Recht auf Meinungsfreiheit, auf Redefreiheit, das Recht auf Pressefreiheit in diesem Land und in ganz Europa immer enger gezurrt wird. Rund 80 bis 100 Leute treffen sich im Kern hier jeden Montag. Eine Gemeinschaft sei hier zusammengewachsen, auch außerhalb von Bad Lausig. Das Organisationsteam wechselt sich in der Ausgestaltung der wöchentlichen Abende ab. Am 5. August wurde Ralf Ludwig, Initiator des ZAA VV, im Rahmen seiner Demokratietour nach Bad Lausig geladen. Rund 200 Menschen versammelten sich an diesem Abend auf dem Markt. Hinter der Abkürzung steht das Zentrum zur Aufarbeitung, Aufklärung, juristischen Verfolgung und Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschheit aufgrund der Corona-Maßnahmen. Ralf Ludwig sammelte zu Beginn Themen und Stimmen aus dem Publikum. Für ihn müssen die Themen auf die Straße gebracht werden. Denn nur dann kommen die Wünsche der Bevölkerung auch an und Politiker greifen ein. Wir haben im Prinzip keine Demokratie. Wir haben eine sogenannte repräsentative Demokratie. Wir wählen Parteien. Aber letztlich wählen wir nur diejenigen, die diejenigen auswählen, die uns beherrschen für vier Jahre. Aber mehr oder weniger machen wir ein Kreuz. Und dann haben wir vier Jahre im Prinzip nichts mehr mitzusprechen. Wir können nichts ändern. Wir haben keinen direkten Einfluss auf die Politik. Wir können demonstrieren gehen. Aber wir können weder das Parlament abwählen, noch können wir direkten Einfluss zum Beispiel dadurch ausüben, dass wir Gesetze, die uns nicht gefallen, zurücknehmen. Das heißt also, der Einfluss der Bürger auf die tatsächlichen Fragen, die sich dann stellen. Also nehmen wir als Beispiel Corona. Niemand wusste, dass diese Corona-Krise kommt. Und die Politik hat auf einmal mit etwas reagiert, wozu die Bürger nie gefragt worden sind. Und da muss es einfach sein, einer echten Demokratie müssen die Bürger immer mitentscheiden können. Und das ist Demokratie. Und das ist das, was ich hier quasi propagiere. Und die sächsische Verfassung gibt es ja auch vor. Wir haben zwar Volksgesetzgebung in der sächsischen Verfassung, aber das ist ein Prozess, der ist so lang, so große Quoren, so viel Dauer durch die Politik können immer wieder eingegriffen werden. Es ist bürokratisch. Also das funktioniert halt nicht. Da schafft man vielleicht in der Legislaturperiode ein oder zwei Gesetze, wenn man es überhaupt schaffen würde, aus der Bevölkerung oder aus der Mitte der Bevölkerung. Und das muss geändert werden. Ich glaube, die Bevölkerung in Deutschland oder überhaupt auch weltweit, die globalisierte Bevölkerung ist bereit, viel stärker an den politischen Entscheidungen teilhaben zu können und zu wollen, als das noch vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren der Fall war. Bei wesentlichen Gesetzen müssen die Menschen aus seiner Sicht die Möglichkeit haben, korrigierend einzugreifen. Sein Ziel ist eine Verfassungsänderung. Dieser Antrag brauche 450.000 Unterschriften, wofür er auch an diesem Abend warb. Die Verfassungsänderung soll dahingehend sein, dass wir statt eines dreistufigen Verfahrens nur noch ein zweistufiges Verfahren haben, dass wir die Quoren, die es benötigt, um eine Volksinitiative zu machen, absenken, dass die Bevölkerung ein echtes Vetorecht hat. Das heißt, dass man gegen Gesetze vorgehen kann, dass Gesetze nicht mehr sofort in Kraft treten, sondern immer noch eine gewisse Phase haben, in der die Bürger dann eingreifen können, dass Verfassungsänderungen nur noch mit Zustimmung der Bevölkerung passieren dürfen. Ja, und dass eben auch die Quoren für die, sage ich mal, positiven, die Initiativgesetze auch abgesenkt werden, dass die Menschen eben leichter Gesetze einbringen können. Und, was auch ganz wichtig ist, wird auch in die Verfassung geschrieben werden, dass diejenigen, die solche Gesetzesänderungen wollen oder auch solche Vetorechte haben, dass die im Plenum gehört werden, dass die im Parlament von der Politik angehört werden. Vom Feedback und den Gesprächen an diesem Abend war er begeistert. Wir sind in einer Konfrontationssituation. Ich glaube, auflösen können das nur die Bürger. Und deswegen ist die Lösung, dass, wenn die Parteien schon nur so miteinander umgehen, dass dann wenigstens die Bürger auf der Straße miteinander ins Gespräch kommen. Die sind ja auch Kommunaler, die sitzen im Restaurant zusammen, die kennen sich und dann auf diese Art und Weise wieder einen politischen Frieden schaffen. Die Ansicht, es brauche Diplomaten, die miteinander sprechen, wurde hier geteilt. Was ja dann auch nicht bedeutet, dass eine kleine Minderheit oder sowas sich durchsetzen könnte, sondern eine kleine Minderheit, also ist ja keine so kleine Minderheit, also in meinem Entwurf sind es bei den Vetorechten zweieinhalb Prozent der Bevölkerung, die kann halt dafür sorgen, dass über bestimmte Dinge abgestimmt wird und die Gesellschaft sich dann Gedanken darüber macht. Das ist Gehör. Ich glaube, das dient auch dazu, Radikalität rauszunehmen, dass die Leute, die jetzt das Gefühl haben, sie sind ohnmächtig, weil ihre Themen gar nicht gehört werden, dass die diese Themen auf einmal anbringen können, dass sie dann gegebenenfalls auch in dem Plenum des Landtags besprochen werden müssen, dass gegebenenfalls sogar die Bevölkerung darüber abstimmt. Und dann haben sie auch ein Stimmungsbild. Ja, dann können die sich vielleicht gar nicht mehr hinstellen und sagen, wir vertreten hier die Meinung des Volkes, weil möglicherweise das Volk dann doch bei der Abstimmung eine andere Meinung vertritt. Zwar wurde an diesem Abend auch Empörung zu unterschiedlichen Themen deutlich, doch er sah viele gute Vorschläge, die es hier gab. Und das ist übrigens das, wie ich mir Demokratie auch vorstelle. Das ist gerade ganz gefährlich in Deutschland, dass bestimmte Positionen abgeschnitten werden, weil dann haben wir eben nicht eine repräsentative Meinung oder eine tatsächlich demokratische Meinung. Wir müssen auch denen zuhören, die aus unserer Sicht vielleicht unerträgliche Meinungen sagen und müssen das ertragen. Eine gute Demokratie, eine stabile Demokratie kann alle extremen Meinungen ertragen, weil es sich am Ende doch immer wieder in der Mitte findet und in der Mitte eine, in Amerika sagt man, abgeschliffene Lösung, also quasi eine gesellschaftlich akzeptable Lösung findet. Und das habe ich hier jetzt heute auch so erlebt. Die montäglichen Proteste werden hier auch weiter fortsetzen, verbunden mit einem Wunsch, hinter dem das gesamte Organisationsteam steht. Wir erhoffen uns einfach, dass die Leute, die immer noch schlafen und bequem auf ihren Sesseln sitzen, irgendwann aufwachen und erkennen, dass wir halt nicht recht sind, sondern dass wir für Frieden einstehen und für unsere Grundrechte einstehen und für unsere Selbstbestimmung vor allem. Nach knapp zwei Stunden wurde die Veranstaltung traditionell mit einem gemeinsamen Gesang beendet. Die Gedanken sind frei. Dieser wird dann auch am kommenden Montag, vier Jahre nach Beginn der Kundgebungen, wieder erklingen. Drum will ich auch immer den Sorgen entsagen und will mich auch immer mit Grillen mehr plagen. Manchmal ja im Herzen stets lachen und scherzen und denken dabei, die Gedanken sind frei. Am vergangenen Freitag fand er zum wiederholten Mal statt, der Abend der Sinne in Grimma. Vom Markt über die Lange Straße bis zum Leipziger Platz gab es ganz viel Livemusik. Verschiedene Künstler haben ihre Werke ausgestellt, ein paar Mitmachangebote gab es natürlich auch. Und nicht zu vergessen, auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Es gab Cocktailständer und natürlich auch ein bisschen was Leckeres zu essen am Wegesrand. Ich persönlich war auch dabei und hatte einen sehr schönen und sehr entspannten Abend. Und was es da alles zu erleben gab, das sehen Sie jetzt. Grimma genießen, Grimma erleben. Dies gibt es in verschiedensten Ausgestaltungsformen. So auch am Abend des 9. August. Denn da wurde wieder zum Abend der Sinne in die Altstadt geladen. Bereits in der dritten Auflage wurde dieses Format, welches aus lokalen Initiativen, Ehrenamtlern, Händlern, Gastronomen und Stadtverwaltung organisiert wird, wieder durchgeführt. Auf dem Markt und den umliegenden Straßen erklang Musik. Grund genug, es sich gemütlich zu machen und zu genießen. Oder zu schlendern oder zu schlemmen. Denn auch da wurde innerhalb der Altstadt vieles geboten. Geschäfte und Einrichtungen luden zum Besuch und boten mit der musikalischen Umrahmung eine andere Form des Erlebens von Kunst, Kultur oder dem Einkaufsbummel. Handgemachte Musik steht bei diesem Format im Vordergrund. Ganz egal ob instrumental oder klassisch. Ob per Saxophon oder Klangschale, als Solokünstler oder Band. Zwölf Musikerinnen und Musiker sowie Gruppen hüllten die Altstadt in ein besonderes Flair. Die Kunst ging auch auf die Besucher über, die der Altstadt ihre persönliche Note verliehen. Grund genug, auch von den Wohnungen das Geschehen auf der Straße zu beobachten. Musik Im Verlauf des Abends schlenderten immer mehr Besucher. Durch die Straßen und Gassen von Grimma, die sich von Musik und Klangkunst verzaubern ließen. Die Stimmung war gut. Ob bei den Besuchern oder Künstlern. Und so kündigt sich auch schon der nächste Abend der Sinne am 15. August 2025 an. Ja, dann komm zu mir und ich erinnere dich. Ich erinnere dich, was alles lustig ist. Was ist los? Heiß mal. Musik Ja, kommen wir nun zum Sport. Und da sind diesmal Fäuste gefragt. Und zwar zur Fight Night in Grimma. 13 Nationen traten bei dem internationalen Sport-Event in 19 Kämpfen gegeneinander an. Wir waren für Sie dabei und haben uns einige Wettkämpfe mit der Kamera angeschaut. Der 26. und 27. Juli standen im Gewerbegebiet Grimma ganz im Zeichen der Fight Night. Auf dem Areal des Sunside Beach zeigten Boxer aus 13 Nationen, was in ihren Fäusten steckt. Mitveranstalter Tobi Mihalik freute sich über die Vielfalt boxerischer Klasse, die in den internationalen Vergleichskämpfen steckte. Dafür ist der Gründer eines Amateurboxverbandes gern nach Grimma gekommen. Die Idee ist eigentlich dahinten entstanden. Thomas hat vor zwei Jahren wieder angefangen, Masters boxen und ist bei mir in den Verband gekommen und hat gesagt, ich möchte wieder boxen. Und ich habe den Vogel gleich gemocht und dann habe ich gesagt, du hör zu, wollen wir was bei dir machen. Er hat hier sein Car-Center und hat gesagt, du lass uns doch bei uns was machen. Und dann habe ich gesagt, let's go. Und dementsprechend sind wir in Grimma gelandet und ich bin eigentlich sehr, sehr begeistert. Ich meine, die ganze Stadt ist eine schöne kleine Stadt und jetzt habe ich auch den Bürgermeister kennengelernt, ein sehr netter Kerl. Und ich glaube, da können wir einiges bewegen. Let's start the fight! 19 Kämpfe standen an den zwei Tagen in Grimma an. Nach dem Face-to-Face der Boxer traf im ersten DBV-AMB-Länderkampf der Armenier Narek Aramian vom Boxclub Dresden und Florian Schormann aufeinander. Der 39-jährige Schormann boxt für den Club Hansegym Hamburg, bringt 84 Kilo auf die Waage und ist 1,87 groß. Sein Gegenüber in der Roten Ecke hat ein Wettkampfgewicht von 82 Kilogramm und ist 1,78 Meter groß. Der Kampf im Cruisergewicht ging über dreimal drei Minuten. Diesen entschied Florian Schormann einstimmig nach Punkten für sich. Der Länderkampf im Halbmittelgewicht zwischen dem Polen Paweł Liczek, Rote Ecke und dem Deutschen Jan Lingel hatte lokal koloriert. Der 18-jährige Boxer vom SV Einheit Mutschen hatte bisher zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden auf seiner Kampfliste zu stehen. Sein zwei Jahre jüngerer Kontrahent fünf Siege und zwei Niederlagen. Der Fight ging auch hier über die volle Distanz und schlussendlich gewann Lingel diesen einstimmig nach Punkten. Dem Fight folgten zwei Schwergewichtskämpfe. Wir entscheiden uns für den Kampf von Anthony Marin, Rote Ecke und Engel Roshiti, Blaue Ecke. Der US-Amerikaner Anthony Marin boxt für die Fightbase Kümersbruck, bringt 88 Kilo auf die Waage und hatte bisher alle seine Kämpfe gewonnen. Sein Gegenüber, der Albaner Engel Roshiti, wiegt 86 Kilogramm, ist 1,85 Meter groß und kämpft für den Boxklub Neumarkt. Der Fight war stark und ging über die volle Distanz. Den starken Boxkampf würdigte auch das Kampfgericht. Es kürte Anthony Marin zum besten Boxer und Engel Roshiti zum besten Techniker des ersten Abends der Fight Night. Der hat auch den Kampf einstimmig nach Punkten gewonnen. Mit dem Niveau der Kämpfe zeigte sich auch Veranstalter Thomas Koch zufrieden. Wir hatten ja tolle Kämpfe und was ich besonders toll finde, dass alle richtig gefeitet haben. Also war keiner, der sagt, Mensch, ich leg mich jetzt hin, sondern die haben alle bis zum Schluss gefeitet und haben wirklich was abgeliefert. Und ich glaube, die Leute waren auch alle sehr begeistert. Richtig zur Sache ging es beim Halbschwergewichtskampf zwischen Jan Mohamed Josufi aus Afghanistan und Linus Georgiev aus Deutschland. Georgiev, blaue Ecke, boxt für Hansic im Hamburg, hat zwei Siege und zwei Niederlagen auf dem Zettel und hier mächtig zu tun. Der für den BC Dresden startende Josufi dominierte streckenweise, versäumte es aber schlussendlich, den Sack zuzumachen. Georgiev wurde stärker und entschied den Kampf durch K.O. für sich. Mit dem Urteil war Josufi unzufrieden und verweigerte die Gratulation. Den letzten Kampf des Abends bestritten im Cruisergewicht Safi Sachmamut, blaue Ecke und Marek Moll, rote Ecke. Moll, boxt für den polnischen Verein K.B. Punca Ciccin, hat vier Siege und eine Niederlage zu Buche stehen. Sein Gegenüber zwei Siege und ein Remis. Natürlich boxt Safi Sachmamut nicht für den SV Einheit Mutschen. Er musste sein Hemd wegen der besseren Erkennbarkeit wechseln. Gut erkannt hat ihn auch sein Gegner und in Runde drei durch K.O. besiegt. Auch der Grimmar Oberbürgermeister Matthias Berger stattete der Grimmar Fight Night am Samstag einem Besuch ab. Ich habe selten so viele Leute mit blauen Augen gesehen hier. Das ist mir aufgefallen. Und das zweite, undenkbar aus heutiger Sicht, bei mir war es noch so, so kurz vor der Wende, wir hatten im Sportunterricht noch Boxen. Elfte und zwölfte Klasse war bei uns Boxen, war bei uns, wurde benotet. Also es war natürlich ein bisschen eine Choreografie. Aber wenn der andere das dann nicht kannte, da hat sie dann ein blaues Arme. Aber insofern, ich weiß, dass das konditionell und technisch ist das sicher der anstrengendste Sport überhaupt mit. Insofern, Hut ab, tut euch nicht weh hier. Der Beste möge gewinnen. Und vielen Dank an die Veranstalter, dass ihr das gemacht habt. Wenn wir helfen können, natürlich gern. Sportfreien. Danach hieß es, let's start the fight. Den ersten Kampf von insgesamt zehn an diesem Abend bestritten in der roten Ecke, Seid of Jabrail aus Tschechien und in der blauen Ecke, Akam Bader aus dem Irak. Der AMB-Newcomer-Kampf im Papiergewicht ging über drei Runden à zwei Minuten. Bader, der für den BC Osnabrück boxt, ist 13 Jahre alt. Sein Gegenüber, der für den BC Dresden in den Ring steigt, ist 14 Jahre alt. Die beiden Fighter versteckten sich nicht hinter ihrem Kopfschutz und zeigten Leistung. Das gefiel auch dem Publikum, welches gern etwas zahlreicher ins Boxzelt hätte strömen können. Für beide Fighter hieß es am Ende Remi. Wir springen in den Supergewichtskampf zwischen Thomas Wolf und Jiri Grundmann. Der 42-jährige Wolf, Rote Ecke, hat ein Wettkampfgewicht von 112 Kilogramm und boxt für den BC Frankfurt am Main. Der 50-jährige Jiri Grundmann vom Kampfsportclub Wilkau-Hastlau bringt 124 Kilogramm auf die Waage und ist 1,81 Meter groß. Der Kampf ging über drei Runden à zwei Minuten. Thomas Wolf entschied ihn einstimmig nach Punkten für sich. Jiri Grundmann wurde am Ende des Tages als bester Boxer ausgezeichnet. Im Weltergewicht, der Gewichtsklasse zwischen 57 und 62 Kilogramm, standen sich der Moldawier Artyom Magalu, Rote Ecke und Chris Gläser vom Kampfsportclub Wilkau-Hastlau gegenüber. Der 34-jährige Gläser ist ein Newcomer und wird von Jiri Grundmann betreut. Sein Gegenüber, der 19-jährige Magalu, boxt für den BC Dresden. Magalu dominierte den Kampf und entstießen nach 37 Sekunden durch K.O. Damit ging es in die letzte Pause des Events, das in der Organisation im Vorfeld viel Kraft gekostet, aber für Begeisterung gesorgt hat. Eigentlich sehr, sehr zufrieden. Das war ja auch der Grund zurück in den Osten, sage ich ganz gern, weil Osten ist Boxen durch und durch. Die meisten wissen es wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Aber zu meiner Zeit, wo es noch die getrennten Bereiche gab, war Osten eigentlich die Messlatte, was Boxen angeht. Und ich habe gesagt, das müssen wir wieder zurückbringen. Deswegen habe ich auch gesagt, es sind so viele Ältere noch, die das noch kennen. Und die müssen wir reaktivieren, dass deren Kinder auch wieder boxen, dass der Boxsport in Deutschland auflebt. Ein spannender Kampf aus regionaler Sicht kündigt sich als nächster an. Das war auch für Thomas Koch ein ganz besonderer. Er fungierte als Coach für seinen Sohn Bastian und war mega angespannt. Der 35-jährige Bastian Koch trat im Supermittelgewicht gegen Rocky Stöbegel vom AC-Taucher in den Ring. Der Taucher an der roten Ecke wurde gecoacht von Diego Drumm. Drumm war Junioren-Europameister, DDR-Meister und 1988 Olympiateilnehmer für die DDR. Sein Schützling ist 32 Jahre alt, 75 Kilogramm schwer und 1,77 Meter groß, hat 17 Kämpfe auf der Uhr und konnte acht davon gewinnen. Koch hat von seinen 35 Kämpfen 18 gewonnen und war 2007 Süddeutscher Meister. Die Kontrahenten mit fast gleichen Körpermaßen schenkten sich bis an die Grenze der Übermotivation nichts. Im Fight war mächtig viel Bums. Ob beide das hohe Tempo bis zum Ende des Kampfes durchgehalten hätten, ist vertagt. Rocky Stöbegel zog sich einen Cut über dem linken Auge zu. Das führte zum Abbruch des Kampfes in der ersten Runde. Da beide Kämpfer bis dahin gleich auflagen, werteten die Punktrichter den Fight als Remis. Ob das Rematch bereits am 12. Oktober in der Muldenteilhalle Grimma startet, ist nicht kommuniziert. Die Veranstaltung aber schon. Im Oktober schon, da haben wir eine Fight mehr gekämpft, wo wir die Priorität ein bisschen mehr auf das Frauenboxen lenken wollen. Hoffen dann natürlich einige zu aktivieren, natürlich in der Kombination mit Männerboxen. Die Vorbereitungen dafür laufen. Übrigens wird auch Veranstalter Thomas Koch an diesem Abend im Oktober selbst in den Ring steigen. Am 12.10. wollen wir eine Nachfolge veranstalten. Da wollen wir uns zum ersten Teil Frauen boxen lassen. Da wollen wir auch Männer nehmen als Nummerngirl oder Männernummern. Und danach wollen wir eine Männerveranstaltung machen. Und da ist auch schon angekündigt worden, dass da wahrscheinlich Europameister und Weltmeistertitel erboxt werden. Im Ring allerdings als Ehrengast stand bei der Fight Night in Grimma auch Halbschwergewichtler und IBO-Weltmeister Dominik Bösel. Im Gespräch mit Moderator Thilo Ransch hielt er die Fahne für den ostdeutschen Boxspurt hoch. DDR war mir viel viel stärker, das haben wir noch in die BRD ein bisschen mit reingenommen. Also ich als Jugendlicher, wir haben jede deutsche Meisterschaft gewonnen und da hatte der Westen gar nichts zu melden. Und bei den Profis war es eigentlich nicht anders. Also alles, was von mir kam, konnte boxen und kann auch immer nicht boxen. Und wünschte sich? Das ist sehr schwierig. Selbst international sind ja die Verbände verstritten. Das sieht man gerade auch bei Olympia. Wir sind nur eine kleine Gruppe. Es wäre schön, wenn alle zusammenhalten, so wie wir heute, und versuchen zusammen wieder größer zu werden. Mit Let's Start the Fight ging es zum letzten Kampf des Abends. Beim DBV-AMB-Länderkampf im Schwergewicht standen sich in der roten Ecke Safi Sachmahmuth und in der blauen Ecke Angelo Wenjakob gegenüber. Letzterer boxt für den BC Osnabrück, hat ein Wettkampfgewicht von 95 Kilogramm und ist 1,92 Meter groß. Kontrahent Safi Sachmahmuth hat seine Wurzeln in Afghanistan und boxt für den BC Dresden, ist 22 Jahre alt und der deutlich kleinere Athlet. Den Vorteil nutzte Wenjakob und gewann den Kampf einstimmig nach Punkten. Außerdem wurde er als bester Techniker an diesem Abend geehrt. Damit ging die Grimmaer Fight Night in dem Party-Modus über. Liebe Zuschauer, anstatt hier im Studio im Kunstlicht zu stehen, wäre ich natürlich auch viel lieber draußen und würde die Sonne ein wenig genießen. Das werde ich auch gleich noch nachholen. Aber erst mal schauen wir jetzt auf die Wetteraussichten für morgen. Nach der kleinen Abkühlung scheint auch am morgigen letzten Tag der Woche in unserem Sendegebiet morgens die Sonne bei blauem Himmel. Die Temperatur liegt bei angenehmen 16 Grad. Im weiteren Verlauf des Tages ist es von mittags bis zum Abend hin teils wolkig, teils heiter. Die Temperatur kann aber wieder bis auf 30 Grad klettern. Wie sich dann das Wochenende gestalten wird und ob uns der Sommer noch eine Weile erhalten bleibt, sehen Sie morgen an dieser Stelle bei 04+. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ich hoffe, Sie hatten viel Freude. Dann schalten Sie gern auch morgen wieder ein. Dann wird Sie hier an meiner Stelle meinen lieber Kollege Mario Krug begrüßen und hat dann die aktuellsten Infos für Sie. Ich darf mich also für diese Woche von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Genießen Sie das tolle Wetter so gut Sie können. Ich werde das jetzt auch tun und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald an dieser Stelle wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Machen Sie es gut.